Heute verdienen wir 1000 Euro einfach und schnell und für Anfänger. Mein Name ist Michael Kurze, ich bin der Rucksackunternehmer und wir schauen uns heute ein Video an von Geniale Geld Ideen. Sehr genial, der hat fast 30.000 Abonnenten. Ja, also Attacke. Ich bin gleich mal gespannt. Schnell online Geld verdienen für Anfänger. Also wenn das nicht vielversprechend ist. So, ich muss mal ganz kurz einmal den Ton hier nochmal ändern. Multifunktionsausgabe, so. Wenn du deine ersten 1000 Euro online Geld verdienen möchtest, dann solltest du dieses Video ganz genau anschauen. Denn ich verrate dir Schritt für Schritt, wie du sofort loslegen kannst, im Internet Geld zu verdienen. Du brauchst keine Reichweite, du brauchst keine Webseite, wir machen kein Affiliate Marketing, du musst kein Dropshipping betreiben oder einen Online-Store. Also keine Reichweite, kein Affiliate Marketing, das hört sich doch schon mal gut an, oder? Da sind wir doch schon mal, yeah. So eröffnen, es ist viel einfacher und du kannst heute schon beginnen, damit Geld zu verdienen. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mit einer Methode, die dir deine ersten 1000 Euro innerhalb der nächsten Woche einbringen kann. Wenn du willst, kannst du sogar heute schon deine ersten 100 Euro machen und das ohne jegliche Vorerfahrung. Also, wenn das cool ist, mache ich heute die 100 Euro und ich poste das dann auch auf Instagram, wenn ich 100 Euro gemacht habe. Okay, wenn nicht, könnt ihr ja mal runterschreiben, wenn ihr das auch nachbaut und dann innerhalb eines Tag 100 Euro verdient, gerne Bescheid sagen. Eine Flipping-Idee, okay. Steuerlich Buchhaltung ab, willige Vorgänge einzubeziehen. Wieder mal spannendes Video, danke für deine Vorlagen. Tolles Video, okay, ich bin mal gespannt. Was wir dafür brauchen, sind drei Plattformen und die Strategie, die ich dir jetzt Schritt für Schritt erläutere. Wir brauchen dafür einen Instagram-Account, den du wahrscheinlich schon hast, und zwei ganz besondere Websites, die ich dir gleich vorstellen werde, mit denen du sofort loslegen kannst, online Geld zu verdienen. Wenn du das cool findest, dann lass mir gerne ein Like für dieses Video da oder vielleicht sogar noch besser ein Abo. Ganz einfach rechts oben, oberhalb des roten Files auf den Button klicken oder rechts unten auf den gelben Geldsack. Und wenn du dann oben noch die Glocke aktivierst und alle Benachrichtigungen einstellst, dann kriegst du automatisch eine Information und wirst kein neues Video mehr verpassen hier bei Geniale Geldideen, wenn es wieder neue Geniale Geldideen gibt. Dafür sage ich jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, sagt übrigens auch mein Kollege Sven Kotzbach mit seinem Kanal mit Geld... Kotzbach, das hört sich immer wie Kotzu an. Hat er meinen Namen, kopiert meinen Spaß. Okay, schauen wir mal weiter. Ich will jetzt die Idee haben. So. ...in die Methode ein und es ist ganz wichtig, dass du wirklich alles genau so machst, wie ich es dir in diesem Video vorstelle, denn sonst wird es nicht funktionieren. Ganz wichtig ebenfalls, du brauchst keinerlei Startkapital. Ich zeige dir gleich Websites, da kann man etwas kaufen, du musst aber nicht in Vorleistung gehen, du musst keinen Cent bezahlen. Diese Methode funktioniert ohne... Also machen wir doch Flipping. Also du brauchst nichts in Vorleistung, okay? Also das funktioniert. Ich hatte selbst mal etwas bei Ebay gekauft und dann kam das in ein Paket von Amazon. Ja, also kam auch von Amazon aus dem Lager. Keine Ahnung, wie die das machen und so. Ich bin ja nicht im Bereich Serviceflipping so weit vertreten, aber ich kann Traffic generieren, was ja auch sehr cool ist. Und ich kann Geld verdienen mit Affiliate-Marketing. Also ohne jegliche Investition deinerseits. Als allererstes benötigst du einen Instagram-Account. Das kann ein neuer Account sein. Da braucht kein einziger Follower drauf zu sein. Was du aber machen solltest, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu, ist, du solltest auf diesem Account mindestens drei Posts haben. Die könnten ganz bestimmt aussehen und wie das funktioniert, verrate ich dir gleich. Du kannst aber auch einfach deinen ganz normalen persönlichen Instagram-Account nehmen. Das ist authentisch. Das spielt tatsächlich keine große Rolle. Die zweite Webseite, die du benötigst für diese Methode, ist ViralRace.co. Das ist eine Webseite, die es dir ermöglicht, Instagram-Follower zu kaufen und Likes und Aufrufe. Keine Sorge, du musst keinen einzigen Cent bezahlen. Du wirst hier erstmal überhaupt nichts kaufen, aber diese Webseite hat eine ganz besondere Rolle in dieser Strategie. Okay, ganz wichtig. Also, man kann Instagram-Follower sehr, sehr gut kaufen. Zum Beispiel auch indische Follower. Du hast einfach mal ein indisches Affiliate-Programm, machst einen indischen Instagram-Kanal und kaufst indische Follower. Dann funktioniert das sehr gut. Das geht natürlich auch in jeder anderen Sprache. Brasianische, oft sind das halt so Schwellenländer, wo dann halt der Verdienst sehr niedrig ist und so. Und die freuen sich dann immer ein paar Cent, wenn sie irgendwas abonnieren oder so. Aber wenn du das in Deutschland machst, dann solltest du halt, wenn du schon Follower kaufst, echte Follower, musst du echt aufpassen, dass die wirklich aus Deutschland kommen. Aber selbst das funktioniert auch nicht so erfolgsversprechend. Aber das ist total wichtig, weil wenn du halt ein Angebot hast oder du hast selbst ein Angebot, du hast einen deutschen Instagram-Kanal, ein deutsches Produkt und hast niederländische Follower, aber der Anbieter schickt das nicht in die Niederlande rein, dann wirst du auch nichts verkaufen und kein Geld verdienen. Wenn du auf Buy Real Follower klickst, das geht also darum, wirklich echte Menschen zu kaufen, die einen Instagram-Account nach oben pushen können, dann siehst du, je mehr Follower du kaufst, desto günstiger wird es in Summe, weil du dann pro einzelnen Account bzw. pro einzelnen Follower eben wesentlich weniger bezahlst. Und wenn du 10.000 Follower kaufen würdest, zahlst du gerade mal 99 Dollar und 99 Cent und das können wir uns schon mal merken, denn das ist... Ach so, verkaufen wir die weiter. Verkaufen wir die vielleicht auf Instagram, das könnte natürlich auch sein, das wäre ein Service. Aber ich würde den trotzdem, wenn du zufriedene Kunden haben möchtest und so, so eine Art Social-Media-Agentur aufbauen würdest, würde ich trotzdem nicht irgendjemand dann halt einfach mal diese Follower verkaufen, sondern ich würde den vernünftig beraten und sagen, hey, was möchtest du denn haben, brauchst du deutsche Follower und so weiter, ehrlich beraten und dann, das lebt am längsten und so weiter. Dann kommen die auch wieder und empfehlen dich und so weiter. Und wenn du Affiliate-Marketing lernen möchtest, dann schau dir mein Jet-Set-Affiliate-System an. Ja, mit dem Jet-Set-Affiliate-System, da zeige ich dir viele Strategien, die ich selbst umsetze und so weiter, wie ich es geschafft habe, ja, finanziell frei zu werden mit Affiliate-Marketing und wie ich es zum Beispiel zu meiner Rolex geschafft habe. So, Jet-Set-Affiliate-System, einfach mal vorbeischauen. Okay, weiter. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Methode. Und die nächste Webseite, die wir benötigen, damit das Ganze Sinn ergibt, ist folgende. Das ist die Website FameSwap. Was ist jetzt nun FameSwap? FameSwap ist eine Webseite, die es dir ermöglicht, Instagram-Accounts, aber auch YouTube-Accounts und TikTok-Accounts zu kaufen, die schon eine bestimmte Größe haben, eine bestimmte Follower-Anzahl. Wenn wir da mal schauen, was es da für welche gibt, dann kannst du auf Browse klicken und kannst dann auswählen, in welchem Bereich du gerne einen Account kaufen möchtest. Und wir wählen alles ab, bis auf Instagram. Und dann siehst du hier, welche Accounts verkauft werden. Okay, wenn ich so einen Account kaufen würde und ich würde 2.000 Euro ausgeben, zum Beispiel, für 71.000 Follower, würde ich mir die Interaktionen und so weiter und Wachstumsraten und so weiter des Kanals zeigen. Also, ich würde keinen dieser Kanäle einfach so kaufen, sondern ich will Screenshots haben von der Interaktion. Und ich würde auf zwei, drei Plattformen gehen, um zu überprüfen, wie lange der Account wirklich da ist, ob das Wachstum wirklich da ist. Ich würde mir die letzten Postings anschauen, die letzten 20, 30, 40 Postings würde ich mir anschauen, ob da wirklich Interaktionen sind, ob das auch die Zielgruppe ist. Weil was zum Beispiel, habe ich bei einem deutschen Online-Marketer vor ein paar Monaten mal gesehen, den auch jeder kennt, der hatte ganz viele asiatische Mädchen, die da halt geliked hatten und so weiter. Und die alle in Thailand wohnen und dann auch in thailändisch oder so kommentiert hatten oder so. Aber ich glaube nicht, dass das die Zielgruppe ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass der diese Likes und Kommentare auch gekauft hat. Weil, warum soll der dann halt so gehypt sein in Thailand? Wenn er ein deutsches Posting macht und so weiter, wie viele Thailänder können dann halt Deutsch? Also, es sah sehr gefakt aus, dass es keine deutschen Kommentare gab, sondern nur alles halt. Und ja, du hast halt die Profile gesehen, dass die dann halt alle aus Thailand und so kamen. Also, das war echt so einfach so Fake. Die im Gruß geht raus. Gibt es eben unterschiedlichste Accounts, die man kaufen kann. Dieser Account hat 19.600 Follower, wird für 159 Dollar hier online gestellt und verkauft. Ein Account mit 71.000 Followern für immerhin 2.000 Dollar. Also, da ist eine ganze Menge. Und auch mit den 2.000 Dollar. Wenn das ja zum Beispiel ein Katzenkanal ist, kann ich ihn nicht einfach umbränden. Also, aus einem Katzenkanal mit 71.000 echten Follower zum Thema Katzen einfach einen Hundekanal zu machen, ist auch doof. Also, muss ich natürlich schon eine Weiterentwicklung haben und sagen, okay, ich möchte sowieso etwas mit Katzen machen. Das Thema passt. Und dann so etwas zu kaufen, kann echt sinnvoll sein. Aber ich sollte mir dann auch, hey, wo kommen die Follower her? Sind das alles englischsprachige Follower? Sind das deutsche Follower? Also, zum Beispiel ein Katzenkanal mit 80% deutschsprachige Follower, 71.000 für 2.000 Dollar, könnte man höchstwahrscheinlich kaufen, wenn das echte Follower sind. Aber alles andere, wuff. Musik drin. Und das ist die Webseite, die wir benötigen. Und daraus letztendlich Geld zu machen, Geld zu verdienen und daraus Kapital zu schlagen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wenn wir jetzt hier ein kleines bisschen recherchieren, dann siehst du hier ganz spannende Dinge. Beispielsweise ist hier dieser ein Account, der 49.500 Follower hat und 1.300 Dollar haben möchte für den Verkauf seines Instagram Accounts. Andere sind natürlich dabei und haben weniger Follower. Und wenn du hier oben guckst, dieser beispielsweise hat lediglich 31.000 und verkauft seinen Account für 250 Dollar. Das bedeutet, hätte er nur 10.000 Abonnenten mehr, also Follower, dann wären das schon mal 41.000. Und wenn du hier unten schaust, für 49.000 möchte er 1.300. Das heißt, der kann locker mit 1.000. Ja, aber jetzt kommt es doch an, die Qualität der Follower und der Nische. Wenn das zum Beispiel eine Make-Money-Nische ist oder eine Bitcoin-Nische, ist die mehr wert wie dann halt eine Katzen-Nische. Ganz, ganz wichtig, ne? Also, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen. 41.000 Abonnenten seinen Account für 1.000 Dollar verkaufen. Das bedeutet also, wenn wir diesem Mann hier ein Angebot machen und sagen, ich habe die Möglichkeit, dir echte, reale, menschliche Follower zu verkaufen. Und zwar 10.000 auf einmal, die du direkt erhältst, die deinen Account aufwerten, sodass du dann bei 41.000 Follower... Dann ist der Kanal ja nicht mehr wert. Also, du könntest mir auch einen Kanal verkaufen mit einer Million Follower für 100 Euro und ich würde ihn nicht kaufen, wenn die Follower alle Fakes sind. Und wenn die auch nicht in meine Nische passen. Ich würde sie nicht kaufen für 100 Euro, auch mit einer Million Follower. Wenn die nicht interagieren und so. Und was soll ich damit? Das ist Abfall. Ich habe... Schau dir meinen Instagram-Kanal an. Mein Instagram-Kanal hatte über 10.000 Follower und ich habe ungefähr 4.000 Follower per Hand gelöscht. Teilweise mit einem Service. Und den Rest per Hand gelöscht. Alles Follower, die einfach mal 4 Jahre alt waren. Wo dann halt schon Stand gelöscht. Deshalb, also ich fahre da eine ganz andere Strategie. Und ich habe über 4.000 Follower, vielleicht auch 5.000 Follower mittlerweile gelöscht. Von meinem Kanal. Weil die Anzahl ist nicht entscheidend. Die Interaktionen sind entscheidend, um Gewinn zu machen. Und natürlich, was bringen mir dann auch andere Affiliate-Marketing-Kanäle, die mir folgen und nicht interagieren und so. Ja. Und dadurch kannst du statt 250 Dollar 1.000 Dollar für den Verkauf deines Accounts generieren. Wie klingt das für dich? Und dann wird dieser Mensch sagen, das klingt für mich gar nicht schlecht, weil er ja auch weiß, wie hier die Accounts entsprechend in den Preisen liegen. Also kannst du ihm sagen, okay, ich verkaufe dir 10.000 Follower zum Preis von 200 Dollar beispielsweise. Du sagst ihm also, ich verkaufe dir die für 200 Dollar. Du selber kaufst aber hier bei Viral Race 10.000 Follower für nur 99 Dollar ein. Hast also einen direkten Gewinn von 100 Dollar gemacht mit einem einzigen Verkauf. Also so einfach funktioniert Drop-Servicing. Du kaufst es hier günstig ein für 99,99, also knapp 100 Dollar. Sagst dem Menschen, ich verkaufe dir 10.000 Follower für 200 Dollar. Dann hat er also 200 Dollar, die er bezahlen muss. Hat aber die Möglichkeit, seinen Account auf 41.000 Abonnenten hochzuschieben. Und dadurch die Möglichkeit, mit diesen 41.000 locker 1.000 Dollar zu machen. Hat also 800 Dollar Gewinn gemacht, dadurch, dass er die 10.000 von dir gekauft hat. Statt den 250, die er vielleicht für seine 31.000 Follower bekommen hätte. Und so kannst du hier ganz einfach durchgehen. Schaust dir die entsprechenden Accounts an. Schaust, wie viel der eigentlich wert wäre, wenn er nur 10.000 oder meinetwegen 15.000 Follower mehr hätte. Und machst dann diesen Menschen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Und kaufst das hier dann günstig ein. Also wenn du mir das jetzt das Angebot machen würdest, 10.000 Follower aus Indien, Pakistan, Brasilien und so, würde ich es ablehnen. Ich würde sogar 5 Euro ablehnen. Weil es ist sehr viel Arbeit, diese ganzen Follower-Wert zu löschen. Und ja, ich habe auch schon Follower gekauft und habe die dann alle gelöscht. Weil Gott sei Dank sind die alle hintereinander und man kann löschen, 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 löschen. Und es gibt auch andere Möglichkeiten für. Aber ich bin sehr froh, dass ich die wieder los bin. Weil die haben ja sowieso nicht mit mir interagiert. Oder haben sich seit 3 Jahren nicht mehr angemeldet oder sowas. Bringen die auch Follower, die sich seit 3 Jahren nicht mehr angemeldet haben bei Instagram und so, die keine Interaktionen bringen. Und deshalb würde ich dann auch so einen Kanal nicht kaufen. Egal wie viel. Weil was ja das Wertvolle ist, sind ja die Follower, die interagieren. Nicht die Menge der Follower, sondern die Interaktion. Das ist ja das Wertvolle. Also die Nische plus Interaktion. Und das ist dann halt einfach mal so, das ist das Wertvolle. Aber kein Kapital einsetzen, sondern erst wenn du das Geld erhalten hast, dann buchst du hier bei Viral Race das entsprechende Paket und schenkst diesem Menschen direkt die entsprechenden Follower. Wie nimmst du aber Kontakt auf? Das ist der nächste Schritt. Wenn du jemanden rausgefunden hast, der potenziell hier mit Geld einnehmen möchte, du klickst auf den jeweiligen Account und solltest dann nicht versuchen, hier über Contact Seller zu gehen und ihm hier direkt ein Angebot zu machen, sondern du klickst auf Contact Seller und bittest ihn hier darum, seinen Instagram Account zu teilen mit dir, damit du ihn dort kontaktieren kannst und den zu verkaufenden Account einfach mal anschauen kannst. Und das ist auch der Grund, warum du deinen eigenen Account hier erstellen solltest, indem du zwei, drei Posts verlinkt hast, die zeigen, dass du dich ausgehend mit dem Thema Follower, mit dem Thema Instagram und dass man über dich kostengünstige Follower eben kaufen kann. Also erstelle einen entsprechenden Instagram Account, setze drei Posts ab und schon hast du die Möglichkeit, aktiv hier einzusteigen. Und indem du hier bei Viral Race günstige Follower kaufst, dir auf einer Plattform wie beispielsweise FameSwap an die Menschen weiter zu verkaufen, um höhere Preise für den Verkauf ihrer eigenen Accounts zu ermöglichen. Also im Grunde ihren Account noch ein bisschen aufzuhübschen, nochmal 10.000 Follower draufzupacken, um die Preise hier zu erhöhen. Das ist eine Win-Win-Situation für jeden und wenn du sagst, ich verkaufe dir 10.000 Follower für 200 Dollar, zahle aber selbst nur 100 knapp, dann hast du mit jedem einzelnen Verkauf 100 Dollar gemacht. Machst du das zehnmal, hast du deine ersten 1.000 Dollar, also knapp 1.000 Euro verdient und das mit wirklich einfachsten Methoden. Und diese Methode funktioniert super einfach, wenn du dich genau an das hältst, was ich dir heute hier vorgestellt habe. Theoretisch war es das schon. Lass mir jetzt gerne einen Like da, wenn du diese Methode cool findest. Sie ist wirklich super einfach, aber sie funktioniert und du kannst ohne jegliche... Okay. ...vor Erfahrung und ohne Startkapital direkt loslegen, deine ersten 1.000 Euro mit dieser Methode zu verdienen. Aber ihr kennt mich, ich wäre nicht Steve von Geniale Geldideen, wenn ich nicht noch ein paar Tipps und Tricks für euch hätte. Denn der Teufel liegt wie immer im Detail. Erstens benötigst du für diese Methode, weil du Drop-Servicing betreibst, also Leistungen einkaufst, anderen wieder verkaufst, ein Gewerbe. Aber auch das ist überhaupt kein Problem, denn auch dazu habe ich schon ein komplett kostenloses Tutorial für euch gemacht. Das habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Eine komplette Gewerbeanmeldung inklusive Informationen zur Anmeldung selbst zur Steuer, zu den notwendigen Versicherungen, Schritt für Schritt. Da sollte keine Frage offen bleiben. Übrigens, das Ganze geht natürlich auch unter 18. Auch dafür habe ich ein Tutorial gemacht. Du kannst also mit 16 oder 17 diese Methode schon umsetzen. Und wenn du dich dann fragst, wie fülle ich denn so einen Gewerbeschein aus? Auch kein Problem. Du kannst mir über die Schulter schauen. In 10 Minuten dauert das länger nicht. Schon hast du dein komplettes Gewerbeanmeldungsformular ausgefüllt und eingereicht. Ich zeige dir das Schritt für Schritt im Live-Tutorial. Also alles das findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt, sodass diese Gewerbethematik in 10 Minuten erledigt sein sollte. Dann kommen wir zum eigentlichen Instagram-Account. Wir machen das Ganze international. Wir machen das Ganze auf Englisch. Und deswegen macht es Sinn, wenn du einen eigenen Account erstellst, entweder deinen Account, den du hast, wenn du noch nicht viele Follower hast, auf Englisch anzubieten. Also die Texte hier auf Englisch darzustellen. Und hier schreibst du dann so etwas rein, übersetzt natürlich wie echte Menschen, echte Follower oder so etwas. Nennst dein Account auch zum Beispiel Follow Me, Follow You oder wie auch immer. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und dann solltest du drei Posts absetzen, die irgendetwas mit deinem Business zu tun haben. Und wisst ihr, ich werde ja täglich angeschrieben, also jetzt nicht mehr ganz so täglich, aber eine ganze Zeit lang wurde ich täglich angeschrieben von so Accounts, die dann fünf Follower haben oder so und sagen, hey, willst du nicht 100.000 Follower haben, willst du nicht 10.000 Follower haben und so. Und dann denke ich mir immer so, warum schreibe ich Accounts an mit fünf Followern und so, das ist ja gar nicht, das sieht ja scheiße aus. Deshalb, wenn ich mich ein Account anschreiben würde mit vielen Followern, auch wo dann halt viele Interaktionen auf den Fotos sind und so, wird es auf jeden Fall seriöser aussehen. Also, hmm. Nämlich du verkaufst logischerweise Instagram Follower. Und das kannst du machen, indem du zum Beispiel auf die Plattform Canva gehst. Canva ist eine ganz kostenlose Möglichkeit, um unterschiedlichste grafische Gestaltungselemente zu erstellen. Und wenn du einfach in der Suche nach Instagram Posts suchst, dann kriegst du hier unheimlich vieles, mehrere tausend Vorschläge schon in unterschiedlichsten Bereichen und Kategorien, die du hier auf der linken Seite filtern kannst. Und du könntest zum Beispiel einfach irgendeines dieser Templates nehmen, klickst da drauf und hast dann die Möglichkeit, diese Templates mit unterschiedlichsten Grafiken, Bildern etc. anzupassen. Und kannst dann dieses Sale beispielsweise nach oben setzen und dann einen weiteren Text hinzufügen, den du hier natürlich nochmal anpassen kannst. Zum Beispiel hier 10.000 Real Instagram Followers. Die Farbe kannst du, wenn du möchtest, hier auch nochmal anpassen, damit das ein bisschen mehr auffällt. Zum Beispiel hier in einem knalligen Rot. Und wenn du dann hier auf Teilen gehst, kannst du das Ganze speichern und über Download als Grafik dann entsprechend abspeichern. Und das kannst du dann auf deinem erstellten Instagram Account hochladen. Das machst du dreimal, ist eine Sache von 10 Minuten und schon hast du deinen eigenen Business Account, sodass die Leute, wenn du dann Kontakt mit den Menschen bei der Plattform, bei FameSwap aufnimmst, wenn sie deinen eigenen Account aufrufen, sehen, okay, dieser Mensch hat offensichtlich ein bisschen Erfahrung, wenn es darum geht, Instagram Accounts zu verkaufen und kann mir da sicherlich weiterhelfen. Du weißt also dann die Instagram Seite des Menschen, der dein Kunde sein könnte und du schreibst ihm dann ganz einfach eine persönliche Nachricht über Instagram und machst ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Und hier kommt der nächste Tipp von mir. Das Ganze kannst du auch machen, wenn du überhaupt kein Englisch kannst, mit Hilfe der Plattform Deeple. Also deepl.com, das ist ein Online-Übersetzer, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet und deswegen eine super qualitativ hochwertige Übersetzung macht in Sekundenbruchteilen. Und wenn du dann auf Deutsch einfach deinen Text reinschreibst, dann wird er in Sekundenbruchteilen übersetzt. Und du solltest natürlich hier etwas schreiben, das diesen Menschen überzeugt, dass er vielleicht diese 10.000 Follower oder wie viele du auch verkaufen möchtest, von dir kaufen sollte. Den Text könnte zum Beispiel so aussehen. Und ihr habt gesehen, der ist jetzt direkt automatisch in einer Sekunde übersetzt worden. Und der Text, den ich hier vorbereitet habe, heißt, hallo, ich habe gesehen, dass du auf FameSwap deinen Instagram-Account mit x Followern, je nachdem wie viele dieser Menschen verkauft, für 250 Dollar verkaufst. Wie du vielleicht weißt, rangieren Accounts mit nur 10.000 Followern mehr auf dieser Plattform um die 1.000 Dollar. Ich bin darauf spezialisiert, echte menschliche Follower zu generieren und biete dir gerne an, zu einem Pauschalpreis von nur 200 Dollar volle 10.000 Follower zu verkaufen. So wertest du deinen Account auf und kannst so statt maximal 250 Dollar gute 1.000 Dollar für deinen Account. Die Frage ist ja auch, hast du eine Garantie, dass diese 10.000 Follower bleiben und füllst du die gratis auf, falls der sagt, hey, aber nach 5 Tagen sind die Follower wieder weg. Ich bin unzufrieden und so. Und gerade auch über Paypal eröffnet der einen Fall und sagt, hier, der hat mir was verkauft und so, der hat mich betrogen und keine Ahnung was. Ein Reingewinnen von 800 Dollar. Und dann hat Paypal einen Fall offen und zieht das Geld wieder ein und überweist die 200 Dollar zurück oder so. Ist die Frage, ne? Ist die Frage, ja. Und dann hast du halt 100 Dollar ausgegeben für irgendwelche Follower und die nicht aufgefüllt werden und so und ja, schwierig. Dollar, wenn wir uns einig werden. Klingt das spannend für dich? Wenn du Lust auf eine Zusammenarbeit... Und bei 1000 Dollar, wie das ja im Video heißt, da heißt es ja, du musst ja auch 10 Kunden gewinnen. Ich bezweifle, dass du 10 Kunden relativ schnell über einen Monat gewinnst oder so. Ja. Melde dich gerne auf diese Nachricht zurück und wir besprechen die Details. Alles Gute und viel Erfolg. Also unverbindlich, aber direkt und die Zahlen sprechen hier im Grunde für sich. Und wenn du dann auf die Übersetzung schaust, dann siehst du, das ist eine perfekte US-amerikanische Übersetzung deines Textes. Und auch wenn du hinterher dann in Kontakt mit diesen englischsprachigen Menschen bist, dann kannst du einfach deren Texte, deren Antworten hier eingeben und das Ganze wieder zurück auf Deutsch übersetzen. Und so kannst du selbst ohne jegliche englische Erfahrung in der Kommunikation da mit diesen Menschen auf Augenhöhe sprechen und außerdem natürlich auch deinen Sales Pitch, dein Verkaufsargument hier anbringen. Und weil ich ein nettes Kärlchen bin, schenke ich dir diesen Text als Vorlage. Bitte passt das für dich selber an. Auch nochmal habe ich nämlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit du direkt eine Vorlage hast, um loszulegen und diese Methode für dich zu adaptieren und umzusetzen. Also ein kleines Geschenk von mir. Wenn das kein Like-Wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn du jetzt loslegen möchtest, dann habe ich noch einen letzten Tipp für dich. Genau genommen zwei Tipps, denn es gibt noch weitere Websites, die so ähnlich sind und funktionieren wie FameSwap. Das heißt, du kannst damit dein Potenzial an Menschen, die du erreichen kannst, um ihnen das Angebot zu unterbreiten, verdreifachen. Denn außer FameSwap gibt es beispielsweise noch die Webseite ToFame, T-O-O-F-A-M-E.com, ToFame.com. Auch hier ist es ganz genauso wie bei der anderen Plattform. Ihr habt die Möglichkeit, hier Instagram-Accounts zu suchen und zu finden und zu kaufen. Kannst du dir direkt anschauen und siehst, wie teuer die normalerweise sind. Und du hast auch hier die Möglichkeit, über mehr Infos, wenn du dich registriert und angemeldet hast, Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, die diesen Account entsprechend verkaufen. Ähnliches gilt auch, und das ist die letzte Webseite, die ich euch vorstellen möchte, für SocialTradier, SocialTradier.com. Auch hier hast du die Möglichkeit. Okay, im Großen und Ganzen, das solltest du echt so professioneller machen und im Großen, du kannst natürlich so Dienstleistungen anbieten. Und ja, du kannst damit auch Geld verdienen, aber ich weiß es nicht. Schwierig. Wie findest du das Video? Schreib gerne in den Kommentaren. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin der Rucksack-Unternehmer und ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die ab. Ich bin raus. Tschau. Und ja, dazu gibt's Michael Kurzer. Vielen Dank.